Hallo und herzlich willkommen bei kochen mal schnell. Heute möchte ich euch meine schnellen Barbecue Style Chicken Wings heute meine Active Fry vorstellt. Super lecker, besser und billiger als die gekauften. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alle Zutaten für meine schnellen Barbecue Style Hühnerflügel liegen bereit. Ich habe hier Hühnerflügel, kriegt man heute in jedem Supermarkt. In Deutschland ist es nur so, dass die Hühnerflügel immer noch zusammen sind. Also für die Chicken Wings gleich, für die Hühnerflügel in der Active Fry, müssen wir die einmal teilen. Das mache ich gleich, nachdem ich hier das Geflügel gesäubert und getrocknet habe. Und ansonsten sind die Zutaten wirklich übersichtlich. Wir brauchen einen Barbecue Rub, irgendeinen eurer Wahl. Ich habe jetzt hier den Kansas Barbecue Rub, Kansas City Barbecue Rub genommen, den ich gerne nehme, den ich immer da aber auch für Sommer zum Grillen, für Ribs oder zum Smoken. Ihr könnt natürlich eure Mischung auch selber machen, aber das ist immer sehr praktisch, die schon zu kaufen. Da ist im Wesentlichen drin Zucker, Pfeffer, ein bisschen Chili, Knoblauch, Zwiebeln. Das sind so die Pulversorten, aber fertig gekauft. Schon ganz nützlich, gibt es halt auch überall. Ja und als weiteres noch habe ich hier Öl. Wir brauchen ein bisschen Öl, auch für die Active Fry. Ich nehme kein Olivenöl, sondern immer ein neutrales Öl. Ich habe hier ein Sesamöl genommen, das ist verhältnismäßig neutral im Geschmack, passt auch gut zu den Chicken, wie ich finde. Und dann kommt bei mir noch ein Ahornsirup. Genaue Mengen findet ihr wie immer in der Infobox. Und dann können wir loslegen. So, hier habe ich meine Hühnerflügel. 750 Gramm, also genauso viel wie sonst auch bei den fertigen Tüten. Deswegen wollte ich mal austesten, wie das mit genau der gleichen Menge aussieht, wenn man die selber macht. Und zwar kann man die Hühnerflügel jetzt hier trennen. Ihr müsst genau im Gelenk schneiden. Das geht relativ gut. So, Hühnerflügel sind geteilt. Ich habe die jetzt hier in der Box und jetzt ist es wirklich einfach. Jetzt gebe ich zunächst mal mein Rub, mein Kansas Rub dazu. Dann gebe ich das Sesamöl dazu. Und schließe ich noch den Ahornsirup. Und jetzt schließe ich die Box und lasse das Ganze gut vermischen. Das sieht gut aus. Und jetzt geht die ganze Dose eine Stunde lang in den Kühlschrank, damit die Hähnchenschenkel das Aroma aufnehmen können, mariniert werden. Und dann kommen sie in den Equify. So, meine Wings waren jetzt eine gute Stunde im Kühlschrank. Ja, sieht lecker aus. Riecht auch schon sehr lecker, süßlich, scharf. Also, ich denke mal, so eine Stunde muss man ihnen aber auch geben, damit sie richtig durchziehen können. Und nach einer Stunde jetzt werfen wir sie in die Actifry. Und die muss ja nicht vorgeheizt werden. Also, machen wir die Actifry auf. Und die Grillplatte brauchen wir natürlich nicht. Die können wir rausnehmen. Und dann gehen wir unsere Wings in die Actifry und lassen auch den Rührarm drin. Denn das will ich jetzt natürlich ausprobieren, wie das und ob das funktioniert. So, hier ist nur die Wings noch ein bisschen, die werden gleich gerührt. Ja, und ihr seht, die 750 Gramm füllen auch die Actifry unten ganz gut aus. Ich denke, ein Kilo wird auch noch gehen. Probiere ich aus demnächst. Aber jetzt geht es erstmal los hier. Und wir machen an. Und ich schalte ein. Wir brauchen ja nur eine Arbeitsebene hier und stelle ich jetzt mal 30 Minuten ein. Das sollte reichen. Ich gucke zwischendurch natürlich auf jeden Fall rein. So, 30 Minuten eingestellt. Und wie immer, wenn die Actifry läuft, ist der Ton im Eimer. Wir stellen jetzt den Heißluftfön an und sehen uns dann zwischendurch wieder. Tschüss erstmal. So, kurzer Zwischenstand nach 10 Minuten. Das sieht schon ziemlich lecker aus. Ich muss mal sagen, wir fangen schon an zu brutzeln. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Also, auf den ersten Blick sieht es gut aus und riecht auch schon super lecker. Machen wir weiter. So, zweiter Blick in den Topf hier von der Actifry nach 20 Minuten. Und das sieht schon ziemlich gut aus, muss ich mal sagen. Also, das brützelt alles hier und macht einen wundervollen Geruch. Also, ich denke, ein bisschen rauchen sie noch, aber das sieht schon echt lecker aus. Ihr seht hier, nach 20 Minuten fast schon so ein bisschen kross. Und wie gesagt, der Geruch ist schon irre. Unser Kater läuft hier schon amok. Also, das sieht lecker aus. Dann machen wir mal die nächsten, letzten 10 Minuten. Und wieder ist Funkstille. So, 20 Minuten sind um. Wow. Das sieht wirklich lecker aus. Die sehen wirklich fantastisch aus. Jetzt lassen wir mal ein bisschen abkühlen und dann schauen wir mal, ob es geklappt hat. So, ich habe die Chicken Moines jetzt etwas abkühlen lassen und habe sie auch schon probiert. Sensationell. Sensationell, toller Geschmack. Spicy, etwas süßlich und im Unterschied zu den gekauften, die man so tiefgekühlt sonst reinschmeißt in die Airfryer, deutlich saftiger, deutlich fleischiger. Der Geschmack ist deutlich intensiver. Und jetzt mal abgesehen von dem bisschen Vorbereitung, finde ich, lohnt sich das allemal. Ich mache demnächst mal ein Kilo oder ein bisschen mehr und schaue mal. Also, da ist die Actify wirklich klasse. Das muss man echt sagen. Oh, sehr lecker. Hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Kochen mal schnell. Kochen mal schnell. Musik